Hallo und Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Duke Nukem. Was? Wo sind wir denn? Was ist hier passiert? Was ist hier vor langer, langer Zeit passiert? A long, long time ago. Das ist schon sehr lange her, dass ich gespielt habe. So 300 Jahre her. Und ich mache heute ohne Facecam. Ja. Mist, wo müssen wir lang? Ich dachte wir wären soweit. Ich dachte ich hätte alles. Ich dachte... Wo geht's weiter? Ach da oben. Oder? Ups. Nein. Komm, mach die Tür hoch. Ach. Come on. Ich weiß es nicht. Hier unten war das U-Butsche. Fuck. Scheiße. Ich dachte ich wäre mit dem Level fertig. Ich... Ich gebe gleich DC-Holeo. Ne. Crosshair. Was? Was ist denn eine Crosshair? Crosshair. Motocross. Mail. 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 Ähm. Ah. Come on. Ich weiß es nicht. Da war ich noch nicht. Ach da ist auch das Ende. Wo? 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 Wo waren die kaputte Wand jetzt? Ja. Ne. Wart mal. Fünf. Das war scheiße. Oh Mann. Wie kommt man hier weiter? Ähm. Oh Gott. Da ist auch was. Jetzt bin ich hier. Ja. Ach. Ach. Die Tür geht alles auf. Oh Mann. Hier geht's rein. Rauskommen tue ich hier. Ach. Scheiße ist das. Was? Ah. Fuck. Hallo. Ich lauf hier beim EG Wann ich die rote Karte hier mal hier waren ja auch Scheiße Scheißen Dreck Ich mach eine Ausnahme und ich gebe hier Passwort ein damit ich Dings bekomme die rote Karte Das werde ich in einem anderen Level nicht machen aber ich hab dann automatisch schon alle Waffen und das ist mir jetzt Puh, egal Ja, ich schau auf dich, mein Freund sooo 18 Weapons what are you waiting for Christmas Christmas Ich hab's nicht an Ich hab's nicht an Entschuldigung Was are you waiting for Christmas Hey, wie gebe ich denn n Code Sirene das habe ich doch einmal gemacht im Leben nicht ey was ist denn los wenn ich jetzt oh ach so ich müsste was drücken ja ja ist alles klar also jetzt suche ich die rotte Tür die finde ich jetzt bestimmt eh nicht was ist denn jetzt los was ist denn jetzt doof alter ich kriege hier kaputtel ich weiß nicht ob das um äh bin ich jetzt ach grüne Leute sag mal wie komm ich denn hier hin wo komm ich denn her sag mal hä klar ach je ich hab gar nicht los nur auf das Level hier ich weiß nicht Oh Gott, was ist? Nein. Nein. Hä? Ey. Hör mal. Verärschel oder was? Danke. Wollte er mich verarschen. Nee. Wieso nimmst du noch? Erzähle mir mal. Hä? Wo ist das denn? Dad. Du weißt halt, wo? Wo auch immer zur Hölle das sein soll. Ich hab gar keine Ahnung. Wo ist jetzt die Bridge? Ich dachte, ich komm weiter. Das ist ja auch nichts. Äh. Nee, das ist alles verkehrt. Oma. Ich hab gleich keine Lust mehr. Wie komm ich denn weiter? Kann ja ein Wahrsein. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Und da ist das. Ich hab keine Ahnung. Okay. Ja, ich hab keine Ahnung. Das war total. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. War ich hier noch nicht? Natürlich. Oder war ich hier echt noch nicht? Nicht da rein muss ich, ja. Na, klasse. Ah, da wurde kam ich Granaten. Hier war ich echt noch nicht? Ich dachte, hier war ich schon. Deswegen bin ich hier auch nicht langgegangen. Heiliger Strauß, Sack. Geil. Ich bin gar nicht mehr. Ah, ja, das bringt mich jetzt auch ganz schön viel, weil hier ist das Ende. Ah, da rein muss ich. Nehmen wir jetzt rum, gehe ich schon. Oh Gottchen. Sag mal. Ey. Der Stuhl geht mir auf den Sack. Na ja, das ist eine etwas kürzere Folge. Ich will nämlich ein auf, ähm, ja, das ist etwas eine kürzere Folge. Ich habe ja auch gedacht, das ist etwas länger. Ja, morgen kommt ja in die nächste Folge. Und da bis dahinter sage ich Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, cool, wir haben alle umgebracht. Nein, umgebracht. Ja, umgebracht.